Hallo und herzlich willkommen zu unserer Dummy-Trainings-DVD. Auf dieser DVD findet ihr Möglichkeiten mit hundefreundlichen Methoden, die Aufgaben sinnvoll aufzubauen, so dass euer Hund ein stabiles Fundament hat, um im Dummy-Training weiter zu arbeiten und vielleicht sogar später Working-Tests zu besuchen, wenn ihr Lust dazu habt. Die ersten Schritte fürs Einweisen könnt ihr super schön mit einem jungen Hund machen auf einen Futternapf. Das heißt, ihr nehmt einen Napf, tut ein paar Leckerchen oder euer normales Futter hinein, stellt das einige Meter entfernt auf, nehmt euren Hund mit, setzt ihn bei Fuß, wie ihr es geübt habt mit der Grundstellung oder im Zweifelsfall setzt ihn eben einfach nur mit Futter hin und stellt euch daneben, wenn der Hund wirklich noch sehr, sehr jung ist und ihr die Grundstellung noch nicht geübt habt. Das können anfangs nur ein paar Meter sein, also fünf Meter sowas auf den Napf. Stellt euch neben euren Hund und überlegt euch, welches Ritual möchte ich zum Einweisen nehmen, welche Körpersprache. Da streiten sich die Geister. Manche stellen sich hinter ihren Hund und nehmen beide Hände rechts und links vom Kopf, manche stellen sich neben den Hund und nehmen die linke Hand über den Kopf, manche nehmen die rechte Hand zum Einweisen neben den Hund. Passt nur immer auf, dass ihr euch nicht schräg über den Hund beucht, dass ihr ihn nicht zur Seite wegdrängt. Der Hund sollte schön gerade sitzen und es ist eben wiederum wichtig, dass ihr ein klares Ritual habt, was ihr beibehaltet über die ganze Zeit, die ihr trainieren wollt. Wir helfen jetzt im Prinzip der Yves die ersten Male ein bisschen, dass ich ihr zeige, dass ich sie hierhin stelle. Und Carla kann den Hund jetzt ableinen. Der Hund soll noch sitzen bleiben. Sie kann den Hund sonst vorsichtig ein bisschen festhalten und macht ihr klares Ritual, was sie sich fürs Einweisen angewöhnt hat und schickt den Hund voran auf den Napf. Gebt euer Handzeichen. In dem Augenblick, wo ihr seht, dass der Hund sich gut fokussiert nach vorne, schickt ihr ihn los. Auch ohne mit Dummies zu arbeiten, könnt ihr mit dieser Übung das Voranschicken jetzt schon über Geländeübergänge machen und auch über längere Entfernungen und könnt damit schon ein bisschen aufbauen, dass euer Hund sich einfach an das Ritual gewöhnt. Könnt den Napf dann auch mal hinter den Grasbüschel stellen oder sowas, dass er nicht gleich so offensichtlich sichtbar ist. Gewöhnt euch gleich bei dieser Grundübung an, dass ihr lange genug wartet, bis ihr den Hund schickt. Das heißt, wartet, bis er wirklich schön geradeaus fokussiert ist. So lasst den Helfer noch ein bisschen Action machen mit dem Napf, noch mal ein bisschen schütteln, dass der Hund wirklich sich nach vorne fokussiert. Wartet wirklich zwei Sekunden auf jeden Fall, bis ihr merkt, er fokussiert sich schön auf eure Hand voran und schickt ihn dann sauber auf Wort. Das heißt, macht keine große Handbewegung, sondern gewöhnt euch an, dass der Hund auf das Wort rausgehen soll. Wenn euer Hund nun die ersten Schritte vom Einweisehandzeichen vom Voranschicken auf den Napf kennt, könnt ihr anfangen, wenn er sicher ist und die Dummies gut aufnimmt, das mit Dummies zu machen. Wir fangen jetzt einfach mal an und die Martina legt für Emmy ein Dummy in gerader Linie aus. Dort hinten an den Busch, den nehmen wir uns jetzt als Fixpunkt. Wir suchen uns entweder immer einen natürlichen Fixpunkt oder wir nehmen weiße Einweisestangen. In diesem Fall haben wir uns jetzt für einen Busch entschieden. Sie selber geht eine gerade Linie für die ersten Male, zeigt dem Hund deutlich, wie sie das Dummy auslegt. Ihr solltet beim Einweisen darauf achten, dass der Hund am Anfang Rückenwind hat, damit er nicht zu früh anfängt zu suchen und schön gerade Linien geht. Je mehr er schrägen Wind hat oder Wind von der Seite oder von vorne, desto eher fängt er an, einen Bogen zu laufen oder zu früh zu suchen. Jetzt macht Martina schön klar ihr Einweiseritual, was die Emmy schon von vorangegangenen Übungen kennt und schickt sie dann mit einem Wort voran. Dann gibt sie den Suchenpfeff. Im nächsten Schritt macht ihr es jetzt so, dass ihr das Dummy so auslegt, dass ihr selber einen Bogen lauft. Das heißt, ihr geht im Prinzip einen Umweg. Der Hund soll aber später trotzdem direkt in die Linie gehen. Die Einweiserarbeit erfordert wirklich super viel Training und es ist ganz wichtig, dass ihr das dem Hund anfangs einfach macht, damit er auf jeden Fall Erfolg hat. Denn es ist wirklich eine Sache des Vertrauens. Wir üben wirklich niemals komplette Blinds, sondern der Hund soll immer noch gesehen haben, dass die Dummies ausgelegt wurden. Der Hund soll eurer Hand wirklich lernen zu vertrauen. Wenn er vorangeht, dann findet er da immer was. Wir wollen sicherstellen, dass der Hund da Erfolge hat. Der nächste Schritt ist jetzt, dass der Hund sogenannte Half-Blinds arbeitet. Das heißt, dass der Helfer jetzt ein Dummy hier auslegt und wenn der Hund das Dummy hat und auf dem Rückweg ist, ein Dummy wieder auslegt, sodass der Hund also nicht zugucken konnte, wie das zweite Dummy ausgelegt wird, sondern dem Hundeführer jetzt wirklich vertrauen muss und vorangehen muss auf die Hand und auf das Handzeichen. Wir nehmen wieder denselben Busch, um es dem Hund leicht zu machen. Jetzt hat die Emmy also nicht gesehen, dass ich es hingelegt habe, sondern muss jetzt Martina vertrauen. Wir zeigen euch auf der DVD die verschiedenen Retrieverrassen und werden auf die Eigenschaften der unterschiedlichen Hundetypen eingehen und worauf ihr im Training achten solltet, wenn euer Hund zu diesem oder jenen Typ gehört, sodass ihr euch nicht Fehler reinarbeitet, weil ihr vielleicht so trainiert, wie es für euren Hund ungeeignet ist. Für das Back, also für das Weitervoran, Überkopf voran, dass der Hund euch also in Frontposition gegenüber ist und sich dann umdrehen muss und weiter vorangehen muss, bauen wir wieder Schritt für Schritt auf. Der Hund darf zuschauen, wie ich das Dummy an unseren Fixpunkt lege, entweder die Stange oder einen Naturfixpunkt. Kathrin setzt ihn dann, den Finn mit dem Rücken zum Dummy ab, stellt sich noch ziemlich direkt vor ihn, ein, zwei Meter entfernt, gibt ihren Sitzpfiff und schickt ihn dann voran. In diesem Fall könnt ihr sehen, dass der Finn sich über die Seite dreht mit dem Arm, wo Kathrin ihn auch voranschickt. Wie ihr das in unserem Aufbau auch gesehen habt, das macht je nach Gelände und Schwierigkeiten und Verleitungen durchaus Sinn. Man sieht sehr schön, dass der Finn wirklich direkte Linie geht und man sieht sehr schön, dass der Finn wirklich direkte Linie geht. Sehr schön durch die Büsche durch, obwohl er sich ja auch den einfacheren Weg hätte nehmen können. Kann euer Hund beide Richtungen einzeln? Jetzt ziemlich sicher, dann könnt ihr anfangen, die Sache zu kombinieren. Das heißt, wir legen jetzt zwei Dummies aus, jeweils gegenüber. Eins werde ich jetzt nach da drüben legen und eins an unseren alten Fixpunkt, sodass der Hund dabei zuschauen kann. Und dann muss Kerstin entscheiden, in welche Richtung sie ihren Hund schicken möchte. Der Helfer bleibt an dem Dummy stehen, was nicht geholt werden soll. Einfach falls der Hund die Richtung noch nicht annimmt oder einen Fehler macht, dass ihr nicht super doll rumschreien müsst, sondern der Helfer nimmt das Dummy dann einfach wortlos weg. Wenn ihr ein Abbruchkommando habt für euren Hund, falsch oder Fehler, dann könnt ihr das anwenden. Und der Hund merkt einfach, wenn ich nicht aufpasse, welche Richtung Frau ich ihm vorgibt, habe ich keinen Erfolg. Das war's für heute. Vielen Dank.